Hallo und willkommen zu diesem Shorts-Video zum Thema Ancor Nano Pro. Das ist ein kleines Netzgerät, wie ihr hier seht. Das gibt es in vier verschiedenen Farben und das kann über USB-C das iPhone 13 und 13 Pro zum Beispiel ultra schnell laden, nämlich bis zu dreimal so schnell, zumindest von 0 bis 50 Prozent. Und es ist ultra klein und ultra praktisch in der Anwendung, weil es quasi in jede Tasche reinpasst. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist natürlich, dass ihr bei dieser kleinen Größe trotzdem 20 Watt Ladeleistung habt und damit euer iPhone wirklich richtig schnell wieder auf Schiene bringen könnt. Alle weiteren Details auf macmaniacs.at In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald und ciao, ciao.